Leute, Kurzinfo zum Anfang. Wiedergabezeit von Abonnenten. Nutzer ohne Abo 94%. Das muss man ändern. Das müsst ihr ändern. Und nur 5%. Dann kann die 5%. Aber wir müssen das ändern. Wir müssen hier bei den Abonnenten 100 stehen haben. Also, aber jetzt geht es mit dem eigentlichen Video los. Nämlich mit Nicht-Lachen-Challenge. Ich habe gerade schon den ersten Clip angeschaut. Es wird lustig. Hoffe ich mal. Beim ersten Clip ist es irgendwie ein bisschen schlimmer. Aber ich will nicht zu sehr was verraten. Aber nochmal Danke an... Warte Leute, jetzt gehen wir nochmal darüber. So. Dashboard. 69 Abos. Krank. Ich weiß nicht immer, was ich dazu sagen kann. Einfach nur Danke. Leute, es wird keine Corona-Streams geben. Jetzt, das ist ein Corona-Video. Weil mein Laptop ist einfach zu schwach dafür, Livestreams zu machen. Ich weiß, das erste hat es geklappt. Aber ihr habt ja... Wer im zweiten mit dabei war... Ähm... Ja, der hat gesehen, das stürzt immer ab. Aber jetzt würde ich sagen, ich labere nicht so lange. Wir starten einfach. Dein Intro juckt keine. Warte. Ja, okay, egal. Nein? So. Let's go! Hey! 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 Oh mein Gott! Das tat richtig weh im Herzen. Denk ich mal. Egal! Ey, ich schwöre, was macht der Alter? Ey. Was macht der da für Schmuddel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab gelacht. Oh! 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 Let me drive the bus! Ey, ich schwöre, ich weiß nicht, wieso ich so lachen muss. Normal bin ich immer ein Verlierer in mich Lachen Challenges. Okay, ciao. Ciao! Alright man, I'll see ya later. Oh! Oh! Oh my God! Oh! Oh my God, how Ich sag nichts. Digga, das soll nicht Lachen-Challenge sein. Okay, es ist, manche Clips sind schon lustig, aber das ist nicht lustig. Digga, das tut zauwee. Oh, shit. Jetzt hab ich nicht gelacht, wirklich. Ja, genau, wahrscheinlich. Ja, es liegt an Sie. Mal gut, dass du mir zu brauchen hast. Mal gut, dass du mir zu brauchen hast. Mal gut, dass du mir zu brauchen hast. Mal gut, gehen wir an. Raus, Alter. Mach raus. Wie bitte? Entschuldigung. Sie wechseln. Das ist 100 pro nicht echt. Mal gut. Mal gut. Ich schick' los. Hat sich. Mal gut. 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 Ich... Ich tu mir grad so schwer beim Nicht-Lachen. Mal gut. 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 Ich schwöre, ich fühle mich so schlecht, weil ich lache. Aber das sah halt echt lustig aus, der ist einfach so geflogen. Ich schwöre, das ist so lustig. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Ey, wie schwer ist der denn? Schlauheit tut weh. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Dann lasst doch einen Daumen nach oben. Ich kann nicht mehr reden. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Und ciao!